Ich bin's, Crow. Wir machen einen Filmwettbewerb und suchen dafür deine Ideen. Ich möchte einen außergewöhnlichen Dokumentarfilm machen. Ich würde das Ganze als Comic zeichnen. Die Zukunft, Crow in 30 Jahren. Jungs, ich brauche einen Comeback. Ich mach meine Tour klar. Das wird ganz groß. Meine Zeit ist jetzt. Wer ist denn eigentlich hinter der Maske? Irgendeiner muss ihn noch spielen. Jean-Claude Van Damme. Wir brauchen jemanden, der passt. Herr Till Schweiger! Hallo. Du denkst jetzt, dass du aufgrund meiner äußeren Erscheinung sicher über die ein oder andere seltsame Eigenschaft meines Charakters hinwegsehen könntest, aber spätestens nach unserem ersten, für dich viel zu komplizierten Date wirst du auf Wikipedia nachlesen, was Asperger ist und dann wirst du alle weiteren schlechten Versuche, mich ins Bett zu kriegen, einstellen. Was auch immer Asperger ist, es gefällt mir! Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr so wie heute. Und wenn wir uns dann denken, früher war alles viel besser, dann meinen wir damit heute. Heute werden Erinnerungen geschaffen. LaFool wäre genau das Richtige für dich. Ich hatte jetzt mal ein Profil ... Ich glaube, ich bin mit dem Thema durch. Ab wieviel Treffen vögelst du? Wahrscheinlich gibts für ihn nur einen, ich hatte meinen schon. Schreib mal drei.